Yo Leute, was geht? Mein Name ist Donnick Und ich begrüße euch herzlich willkommen zu einer Runde Badwars Mit dabei ist heute Triluder Hallo Und Tom Hi Aka Z-Toggle for my core Ich guck ihn dir an Ich guck dir nicht, dass ich hier oben hin baue Die Spiele lieblich Alles klar Ich guck dir einfach gar nicht Ich schläge unser Wettbewerb, dass er zu sein, was aufgebaut wird Ich weiß Es ist mir eigentlich egal, wenn es schlecht ist oder nicht Yo Leute, mein Name ist Donnick Und ich bin Triluder Ich hab jetzt 22 Subs Hat der 22? Nicht gepusht Ja nicht Hat der Luder gepusht, 800 Abonnenten? Da würde ich mein Pfeiftschwein Ach komm, ich hoffe dich Aber ihr könnt da, liebe Zuschauer, ihr könnt das natürlich ändern, diese 22 Abonnenten in 200.000 Abonnenten Am besten 50 Millionen, Hashing, Junipi Ja, easy, schaffen wir Leute auf 2 Stunden Na ja, 2 Stunden 10 Minuten auf dein Stirnnacken Leute, falls ihr 2 Minuten abonnenten, ihr habt 2 Stunden packen Fröschen Wesen Das macht er wirklich Leute, hier ist ein grüner bei uns Hier ist ein blauer Er tötet mich Hinter dir, hinter dir Tom 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 Ich hab mein Schwerk und der war hier Ich hab grün, ich hab grün, Leute, ich hab grün Ich bin so stolz Fast, hab ich grün gehabt Weil, aber, unser Bett ist weg? Ja Ja Habe ich das nicht erwähnt? Nein. Deswegen mir. Dann darfst du jetzt ghosten. Nee, die Aufnahme starten wir neu. Wer towert sich da? Soll ich, ähm, Moonwalk machen? Scheiße. Das ist nie passiert. Ich bin one it. No shift. Was hast du? Also, du bist noch in der Runde. Ja, klar. Du bist noch in der Runde. Hm? Ja, sag mir doch, sag mir doch, dass die Runde noch läuft. Ja, klar. Ey, wir gewinnen uns noch. Ey, es kann wirklich noch gewinnen. Hilfe. Oh Gott. Ach du krass, das wird jetzt schlimm. Ist du tot? Nee. Noch sein, tot ich nicht. Kannst du nicht herkommen, Idiot. Kommt noch schon, Dominik. I have to save you. Live? Just wait. Tom, Tom. Blau, komm, blau, komm, blau, komm, doch. Ich sterbe. Nein, tust du nicht. Nee, aber jetzt hat... Oh, Tom. Jesus. Jesus. Und Dominik, ich habe sogar noch die OP-Verteidigung. Du hast keinen Bogen, oder? Doch. Alter Tom, habe ich schon mal gesagt, dass... Nein. Ach, halt deine Fresse. Ich habe grün, bin nicht die Uhrensöhne. Ja, und wer hat den Bogen? Weißt du, was ich bin? Nee, 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 die auch noch mal, lass ich noch. Ey, blau, ey, blau, ey, blau, ey, blau, ich hoffe, tötete die bitte, tötete die. Tom, bis zum Bescheid-Bausberg, weißt du das? Ich habe den nur totgespillt. Du kannst schnicksen PvP. Asche über dein Haupt. Genau. Ach, da gibt einer auch. Ach, recht. Ich hoffe doch nicht, ich habe jetzt. Danke. Oh, Leute. Ich bin nicht holt. Guck ihn dir an. Wir verreckt, dass wir holen die. Und wie sie jetzt, wow. Weil ich wenn... Ich bin der Mann gefühlt mit dem besten Bau. Und du bist so schlecht, ich schwöre es dir. Ey, warum man so on point? Ey, hier. Ey, hier ein gelbe Wettbewerb. Loll. Ey. Donnick, Junge, warte doch auf mich. Hey. Donnick. Wo ist das Bomben, Mann? Ich bin in deinen Kopf gelaufen. Was können die denn dir? Oh, lol. Komm, einfach, Donnick. Nein, das geht nicht. So, jetzt. Bau zu, bau zu. Kills, 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 kills. Alles klar. Wir gewinnen das. Nimm's nur noch auf. Ja, klar, Digga. Wir gewinnen das. Woo. Ein gelber ohne Bett. Wir gewinnen das, Alter. Ja, und ich bin der, ich bin der dazu guckt oder war sie potzen. Ja. Gehurensohne. Alter, zuguck, hab ich keinen Sound ausgemacht. Über dir, Tom, äh, unter dir. Ey, Leute, ich machs doch nicht so ein Video zur Hölle. Hu. Oh, und so. du weißt schon ja gut ja eine ewigkeit später mit herunter wollen wir jetzt oder nicht junge ich hab vier herzen ich jetzt allein drauf okay ich würde sagen wir hängen noch eine zweite runde dran bis gleich okay leute als zweiterin spielen wir jetzt eine 2x4 wir haben mit zweiter 100 spiele ja und 1.9 und sie ludel und colli er hat er verletzt hat er verletzt hat ich meine immer ein mach du ich mache es er wird nicht nur ich verbracht für die genügend er bin so stolz auf das die weißen als man es nicht auch noch Prozent Eisenberg er wird von Betrug und der Typ der Kettbewerb erst so sehr gut weil es sehen wo es das ganze Eisen und Gratomoldau Prozent ein Schildersweisen ja der Portus und ich wollte auch zwei ich brauche zu machen gar nix hier ist es ich hab zwei und ich habe nicht aufgenommen du immer mit deinem bruder natürlich dicky muss ich brauche irgendwas womit ich farbe nerven kann definitiv will der mich verarschen ey ne ohne witz ich mach mit dem keinen bock zu Socken ohne Witz nee wir machen noch mehr und es ist mir scheißegal Jungen hast du nach einer vier Minuten nach einer mit neun Runden ja ist so aber jetzt sechs Eisner Hörmann für mich aufgehend hey wenn du das drin lässt du kriegst und den Fünfer ne ich auch ein Kopierort der Böse hat uns treibt es gesagt ich hab den anderen Top 10 Spieler wer hat den anderen Top 10 können wir vielleicht Essen in die Mitte bringen ich hab leider nur ne Angel das wenn nein dann bring ich auch nicht mehr in die Mitte ich bring dir einen Block in die Mitte halt deine Fresse danke ein Herz was soll mir denn jeden Fall sie haben den Bogen ein Herz soll ich machen einen hab ich und den hab ich nicht geschafft ich hatte kein Schwert ich würd sagen wenn noch ne Runde dran ist wird dann ne etwas längere Folge aber scheiß drauf bis gleich so felle Schmerz Jungen keine mehr bist frei ist aber schade was machen wir da jetzt wer wirst denn warten alter der echte Z-King Tom Fonai Topelkur wenn du mir gleich die Maps hier zeigst denn die kann man nicht hm das aber komisch ich schlags in die Luft Servus! Willkommen zurück zu neuen Minecraft. Hier auf meinem Kanal. Ich nehm' immer noch auf. Ich lass' das Eis trinken. Shut up, dude. Alle drin? So, Leute. Ist bei uns 1.9 in der Party? Nein. Das schaut mir nach. Nein, aber 1.9 Maschinen wieder drin. Leute, äh... Ich bin nicht in der Runde drin. Ja, aber... Ich bin auch nicht in der Runde drin. Tommi, ich seh's doch in der FA, du Huren. Ach, scheiße. Ich mag 1.9 nicht. Nein, das ist 1.9 nicht. Oh, Tommi. Spasst. I'm... Ich bin Englisch, Bruder. I am the one... Oh, nee, wir haben hier... Ist jetzt ein Klein-Mutzkinn. Oh, Gott. Hast du belegt? Hä? Du bin nicht jetzt wieder in der Lobby? Ich lass' den Runde Chor spielen. Scheiß drauf, los. Endlich. Was? Hey, Dominik, bist du behindert? Das lass' ich für alles drin. Ich mach das in Zeitraff. Alles, was wir jetzt hier in der letzten 5 Minuten gemacht haben, lass' ich drin. Ähm... Ähh... ähh... Ähhh, äh... Sättdrex, sing mal was. Yeah. Okay. Drop mit die Bees. Ja. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w- ich kenne die Schwarz? Warte. Ähh... Der dritte, keine Ahnung, runternehmen wir jetzt einfach Kurs, weil Bad Wars irgendwie down ist. Und ja, wir alle haben kein Premium. Nur Donnick, der geile Stecher. Dieses Kind eine... Au, was war das? Ich weiß es nicht. Ich hab da die Blockkinder. Der hat mich jetzt gestorben, weil er gefastwitcht ist. Ey Tom, du... Weil ich hab den Block-Emergie gemacht. Du Arschkind. Hä, warum Arschturst, Mixer? Weil du aus dem Arsch deiner Kuhgekrochen bist. Wo ist das an Kuh? Du kennst keine wahre Identität. 100 Punkte für Gryffindor. Genau. Für Gryffindor. Hashtag Harry Potter Fan. Harald Schnottermann. I am the one. 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 Ja, wir müssen uns die Runde auch sehr schnell, wir seien hier übelste Kursmaschinen. So, kurz, ich hab mich zu schnell. Äh... Äh... Ich hab gar nichts, ich hab gar nichts geleistet, genau. Oh, das war so easy. Äh... Ich bin gestorben. Das will ich auch hoffen. So was macht man auf diesem Server. I am the one, the one, the one. In der Engel, in der Kansöle stehen, na? Tode? Fuck that! Ja. Äh... Äh... Aber der hat eine ganz kurze Range, der... Was mach ich? So nicht, der Move war... Krass. Ich hab keinen Kill. Ich schon. 4-4. I am the one. 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 Tja, weißt du was hier... Hä, wer hat sich... Oh, nee, warte mal ganz kurz. So, komm mal her. Oh, warte. Heißer. Die machen sich alle von dir. Ist nicht ihr ernst. Loll, die Hecken. Wie ich mich jetzt konzentrierte brauche. Ja, Kappen für dir. Ich mach für alles in Zeitraffer außer die coolen Momente. Geil. Geil. Rest in Pizza. Recipes, trenn runter. Nee, das blende ich safe nicht ein. Doch. Nee. Was ist der Mass? Ja. Dein Push. Welchen Push? Oh Gott, nee, das ist ein Volkiertyp. Beim rechten. Bei uns war der Forstmixer. Bei welchen denn? Bei welchen denn? Rechte. Achso. Stimmt, steht er auch irgendwo da. Der hat 4 Herzen. Ja, lauf hin und grillen. Der, der, der für dieser Ballo. Wenn alle 3 drauf gehen, haben wir den. Den finde ich easy, Alter. Easy, save me, cheesy. Weil dann noch seine anderen 46 Mates kommen. Oder auch nicht. Der hat noch 5, 6 Herzen. Ich bin gestorben. Egal, gut, gemacht. Jetzt kommen nur noch Leute. Bei uns am anderen Kreuz auch einer. Um den kümmere ich mich. Den hole ich. War da echt jemand? Achso, nee. Alle Glitzmärker. Krass. Den hole ich. 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 Und jetzt tut er dann weg. Jetzt 2 Herzen, Mann. Ich wollte nicht aus dem Leben kommen. Du, Nick. Du siehst mal. Du kümmerst dich um die anderen. Hä? What the fuck? Der hat uns beide bekommen. Du, Nick. Du wolltest nicht mal um die anderen. Kann man der jetzt weg? Der ist nicht weg. Der ist easy nicht weg. Der ist easy nicht weg. Können wir den mal töten? Ja, Moment. Hab ihn. Hab ihn. Leute, Leute. Zweig. Ja, keine Chance. Hast du keine Chance? Sau der. Ähm. Fuck. Lock ihn runter. Einer's down. Den anderen können wir runterlocken. Oder auch nicht. Der hat mich. Fuck. Hab ihn. Ja, okay. GG. Hab ihn immer noch nicht. Hast du ihn jetzt bekommen oder nicht? Ja. Ja. Was? Leute, ich mach das. No shit. Lass uns mal alles zum Chor gehen und die Runde beenden. Warum geht die zu lang? Ja, die geht echt zu lang. Warum? Wie lang gehen wir denn schon auf? So. Leute, wir müssen uns jetzt echt beeilen, weil ich gleich offen muss. Ja, da ist schon einer an dem Chor. Ich darf grad. Okay, let's go. Let's go. Deffen, Deffen, Deffen. Ich geh rein. Ja. Leute, das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut unbedingt bei den beiden Kanälen vorbei. die in der Videobeschreibung verlinkt sind. Fickt euch. Fickt euch. Fickt euch. Danke. Und ich würd sagen, habt noch einen schönen Tag, Abend oder halt auch Nacht. Und ich würd sagen, bye. 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 Bye.